Oh mein Gott, du hast schnell die Scheiße reingeworfen, ich hab's auf Raufgabe! Wir haben vergessen, alles hinzuzufügen. Ich hab, ähm, meine... Ich hab alles, was ich hab hinzugefügt. Ich auch. Ich nicht, und das waren die drei starken Taschenlampen, das Kruzifix und die Kerze. Ich krieg das ohnehin. Ich nehm die Taschenlampen, und die Taschenlampen können nicht unkler sein nun. Ich guck doch ganz so an. Okay, ich nehm einfach den Motion Sensor. Ich nehm die Kamera? Oh, ne Kamera ist eigentlich voll smart, ne? Das ist extrem smart. Nimm das hier. Okay, warum? Ich nehm die Kamera. Ich seh ja gar nix, ne? Imagine, ich mach auf einmal... Ich mach von jetzt auf gleich... So, die Kamera wieder an und auf einmal steht der vor mir. Würde ich schon feiern, irgendwie. Ich hab die Tür verloren. 5. Was? Echt jetzt? Ja, du hast das 5. Ehm mit 5, also. Hallo, hallo, hallo. Also eh mit 5 meintest du. Okay, 4,6. Das sind kalte Temperaturen. Das sieht aus, okay. Sorry, ich werd nur was. Ich werd nur gucken, ob wir Orbs sind. 5. Kein Ding. 0,2 war das kälteste... Wie ist das? 3. Reden sie mit mir, Ghost. Please. Motherfucker. Was war ja der, der, der Eme 5-Ding? Also, ähm, er ist auf jeden Fall durch den Dots gelandet. Also er ist Dots. Also Dots ist es. Warte kurz mal. Muss mich kurz hier verbarrikadieren. Warte mal. Dots. Ja. Okay, Gespenst, Onigori oder Ryu. Hm. Ich hab die geilste Lichtquelle gefunden. Ich glaub der ist grad durch den Dots. Hallo Guys, sagen sie was. Hallo Ghost, are you hunting? Jemand hat die Tür aufgemacht. Also irgendeine. Das waren nicht wir. Er hat Türen aufgemacht meintest du, ne? Wo waren die diese Türen? Das waren... Ich schau mal nach. Ne, das ist nicht die Tür. Ich bin mir ziemlich sicher, sind es keine Gefriertemperaturen. Ich glaube es ist Goryo, weil das ist der einzige, den man durch die Kamera sehen kann. Also Goryo, also Gefriertemperaturen meintest du nicht. Dann können sie immer noch Goryos haben. Fingerabdrücke müssten wir dann finden irgendwo. Geist, sind sie da? Sind sie da? Geist. An, antworten sie mir, Geist. Warum packt das Licht da hinten? Weiß ich nicht. Geist, antworten sie. Ich mach heute Party! Können sie mich hören? Hast du grad gesehen? Nein, hab ich nicht. Alles ist ein Goryo. Bist du sicher? Ja. Also das heißt... Das heißt ja, okay. Was haben wir noch für Aufgaben oder du hast mir die Aufgaben? Ja. Also das ist ein Foto und unter 25? Kann das sein? Nee. Foto und halt Kurzefix. Weil wir haben kein Kurzefix. Ja okay, klar. Dann geh. Ich lauf raus. Tschüss. Mach das. Gespenst. Ah. Also war es doch kein Goryo. Kann sein, dass ich was gemufft habe. Egal. Wurscht, wurscht, wurscht. Diesmal füge ich Sachen hinzu. Kerze, Kurzefix, äh, die drei Taschenlampen, Kermos, Meta-Ding. Und, ja. Ich adde meins auch gleich mal rein. Das haben wir letztes Mal vergessen, dass wir uns los. Wer hab ich denn das vorhin geschafft, Digga? LOL! Okay. Ich gönn mir mal diese Taschenlampe. Ich gönn mir mal ein Thermometer. Ah, ich hab zwei genau. Ups, Salah. Und das Ghost Book. Oh nein, im Wagen ist es 3,9 Grad. Oh nein, der Geist ist hier. Was? Renn. Renn, solange du noch kannst, der Geist. Ja, der Geist kommt. Er hantet. Er hantet. Scheiß. Ja, ich glaube er hantet. Ja. Oh ja, ich hasse es tatsächlich. Das war nicht mehr geraten. Das ist mein... Ich hasse das Haus. Dein Todeshaus? Ja, ich mag dieses Haus am wenigsten. Ja, ich mag dieses Haus am wenigsten. Der Geist spielt Klavier. Scheiße, Mozart. Warte mal. Detektor, putz. Ja, es ist der Flur. Es ist... Es ist dieser Flur hier. Es ist dieser Flur hier. Es ist dieser Flur hier. Ey, ich hab ne... Ich hab ne Gießkanne. Ich mach mal jetzt... Opfer um mich. Ob ein anderer macht von euch ein Foto. Ähm. Warte. Lass mich noch kurz was holen. Irgendwas. Bitte beeil dich, okay? Ich bin sehr aufgeregt. Hier, hier, hier. Warte mal, by the way. Kurz mal auf 7. Ja, es interessiert mich grad'n Scheiße. Der wird's mir so kommen. Egal wie auf... Wie hart der ist. Ja. Gute fix. Gute fix. Ja, ja. Gut, die Idee. Machst du's aber bitte auf'n Boden. Wer von euch kann schneller ein Foto hiervon machen? Ey, ich... Ich versteck mich dann hier drin. Tschüss. Ey, jetzt chillt doch gut. Sie kommt doch. Hast du ein Foto gemacht? Ich habe... Was ist eigentlich die Türkanne hier aufgefallen? Was? Wenn ihr das macht, dann werd ich die Tür schließen. Bist du jetzt im Dach mit dem? Bist du bereit? Ja. Ich weiß nicht, wie man die Kerze anzunehmen. Warte. Mit F. Mit F. Ja. Ich will nicht. Eine, zwei. Mach die Grünen so. Komm dann in den Spinnen neben mir. Ja. Ja, aber ich guckst du nix von meinem Liegen. Also eigentlich wird für mich nix passiert. Du Mixer. Dieses Foto. Ein Foto haben wir noch. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Die werden sofort in den Schrank neben mir. Also zu mir, oder nicht? In welchen Schrank neben dir? Irgendwo ist da bestimmt einer. Bin ich... Keine Ahnung. Alter. Bevor ich die letzte Kerze jetzt anzünde. Ich möchte noch kurz ein kleines Gebet heißen. Ich müsste noch kurz Esspapier essen. Ja, ich muss doch raus. Ich musste kurz Wasser trinken. Ganz ehrlich, euer Tod ist besiegelt. Ihr müsst kurz die Leber schlüffeln. Wartet, ich muss die Leber schlüffeln. Ja. Nein, bring mich nicht um. Bring mich nicht um. Bring mich nicht um. Bring mich nicht um. Ich hab gesagt, nicht mich. Lass doch mal die Tür zu. Halt die Klampe, du Mixer. Oh, du bist ja bei mir denn? Ne, du bist so stark neben mir. Das bringt mich immer dran auf. Was machen die hier? Was sind die Leber schreit? Er jagt noch. Nein. Er jagt noch. Ihr Huren, Söhne. Ich brauch mehr Esspapier. Warte, warte. Er ist weg. Er ist weg. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Fickst du gar nicht interessiert. Ich saß hier. Deswegen hat er mich nicht umgebracht. Ich saß hier. Der war so stupid. Achso, du warst da. Ich dachte, du bist in den besten Schrank. Ich hab die ganze Zeit in die Hand gesehen. Durch meinen Schritt. Ah, geil. Es tut mir doch leid. Nächstes Mal machst du selbst. Wir haben noch eins gemacht. Meist war auch nicht so sicher. Was er... Also... Er hat... Okay. Sprachen lernen. Bubble. Ich dachte, wir sterben jetzt. Und nachher hauen wir schon wieder auf. Vor allem... Vor allem du laberst einfach, Digga. Halt doch die Fresse, bitte. Genau das haben wir irgendwann auch gedacht. Haben wir schon irgendwelche... Irgendliche Sachen? Irgendliche Weisen? Geist, hörst du mich? Antworten. Ja, wir haben... Nein. Wir haben keine Weisen. Ja, wir haben... Okay. Nevermind. I'm ghost, are you there? Can you tell me a joke or something? Hallo, bist du da? Nee, Paz, mach mal dein Licht aus. Es ist ohne Licht viel gemütlicher. Ja, komm. Ich kann nicht sehen, Digga. Ich sehe gar nichts. Okay, viel Spaß. Guys, bist du hier? Ich hab eine Kamera, Digga. Er hat eine Kamera auch. Normale Kamera, das ist für mich was. Nee, ist mir wurscht. Guys, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Schreib ins Buch, bitte. Guys. Wie heißt der denn nochmal? Tamir Joke. Owl Thomas. Hey, wir haben durch dieses Ritual ein Ghost Event. Ne? Ihn Öff wieder brauchen wir noch. Und... Warum geht die Tür nicht auf? Ah, ihr Hunted, ihr Wichser! Hä? Ah, wir gehunted. Ach, lol. Ich stehe hier vor der Tür. Ich bin tot. Warte? Ja, ich hör's. Ich hör's. Warte. Er kann doch aufs Bett, ihr Mann. Verdammte Scheiße. Was? Er kam aufs Bett? Guck mal, wo bist du? Hier, schaut den Orbs an, bitte. Dankeschön. Ja, ich verpiss mich jetzt. Hier. Ah! Bitte, helf sie mir. Ich bin in Gefahr ab. Boteke für dich. Guck mal hier. Ja. Du hast Apotheke für mich. Ich hab Apotheke für dich. Ja, Apotheke für mich. Ja, Apotheke für mich. Ja, ist jetzt. Gut Stufe. Ja, gut Stufe. Ja, gut Stufe. Oh, ja. Wir haben Ghost Orbs. Oh mein Gott, das ist so toll. Ähm. Aber ich würde fast ausschließen, wenn das die ganze auf 4 war, dass es nicht eben F5 ist. Okay. Alter, dann fällt ja voll viel raus. Hast du? Hast du uns gerade die Platte gehängert müssen? Dankeschön. Aber es könnte ja drin und auch 5 sein und Geisterbuch hat für ihn ist spontan ausgeschlossen, weil sie das nicht schauen will. Ich guck nochmal nach. Nein. Ja, genau. Das will ich jetzt nachgucken. Patsche, macht dich nützlich als tot. Okay, oha. Okay, beim nächsten Mal. Es sollte erst rein und spricht mit dem Geist. Okay. Okay, kann ich machen. Was? Was? Nichts reingeschrieben. Ich weiß, was ich jetzt mache. Okay. Patsche, du bist schon gestorben und weißt du, wie sehr ich dich eigentlich vermisse. Okay. Tobi. 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 kommen sie her bin schon drin bevor ich drin beweisen sie es beweisen ich habe noch nichts eingetragen verstehe da seid ihr doof wieso sagst du nichts ja weil wahrscheinlich jetzt ich meine welt wie wenn sie die welt ist sagen warum bin ich begeistert ich glaube nicht dass das an ist es ist ein banshee gut gemacht 139 takt nächste runde das auswählen oder was